Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sascha Glow und in dieser Episode geht es um ein paar wichtige Themen, die ich in den letzten Monaten und sogar Jahren mitbekommen habe, die für dich einen riesen Mehrwert geben können. Und deswegen freue ich mich, wenn du dran bleibst. Positionierung bedeutet Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Dass du dich konzentrierst, dass du eine Sache besonders gut machst, dass du eine Sache besonders hervorhebst. Ob das jetzt in deinem Angebotsspektrum ist, dass du sagst, hey, ein Produkt, eine Dienstleistung hebst du besonders hervor oder ob es ja einfach nur der Nutzen ist, der für deinen Kunden interessant ist. Dass du dich konzentrierst, dass du aufhörst, dich zu verzetteln. Ein Grund, warum Menschen im Grunde genommen scheitern oder warum nur wenige Menschen wirklich richtig erfolgreich sind, weil sie wissen, was sie wollen, weil sie wissen, wofür sie stehen und wofür sie nicht stehen und weil sie einen ganz, ganz klaren Fokus haben, sich und ihre Kraft auch konzentrieren und bündeln zu können. Das ist das, was eine Energie auslöst und das ist das, was dich da wirklich auch voranbringen kann. Wer sich auf die falschen Dinge konzentriert, der wird auch nur die falschen Dinge richtig machen. Und mehr nicht. Das ist das Problem und das wollen wir hier endlich beheben. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was es bedeutet, deine Positionierung herauszuarbeiten und ja noch klarer zu machen und da einfach mal zu schauen, okay, wie können wir es schaffen, deinen wirkungsvollsten Hebel zu finden, deine größte Energie hervorzukitzeln, auszulösen und dich noch stärker zu machen. Die meisten Menschen, die haben gar keine Vorstellung, was es ja für Möglichkeiten gibt, welche enorme Kapazität sie freisetzen können und welche Ressourcen überhaupt noch vorhanden sind, wenn sie sich darauf konzentrieren, was sie am besten können, was eine Sache ist, die alles verändern kann. Darum soll es hier gehen und das ist Positionierung. Positionierung ist Fokus, Konzentration und ja Spezialisierung auf einem wirkungsvollen, sehr, sehr starken Punkt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du sagst, hey, da war auf jeden Fall was für mich dabei, dann gib mir einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich super freuen. Genauso sinnvoll erachte ich es, wenn du die Möglichkeit nutzt, meinen Kanal zu abonnieren und dort dem Ganzen zu folgen und damit natürlich auch eine Benachrichtigung bekommst, wenn es wieder eine neue Folge gibt und dementsprechend freue ich mich darauf, auch beim nächsten Mal wieder mit dir dabei zu sein.